leute und bekommt seinen weiteren part wie eine grüße mit dem oh gott nico hallo und fabi hallo ich dachte bis mit hier oben ist es nicht lieber andersrum machen ja ich mache es mal die betten wirst du hier oben auch wohnen ich zeig dir gleich wo ich wohnen will also ich sag mal so vor und stellte ich halt eingeplant ich stehe bloß erst mal die betten ja ja dass wir hier oben schlafen können und fabi hier stehe ich dein bett in dein deiner bruch wurde da unten händen was wollte ich jetzt machen ja ich habe jetzt noch mal kurz die zeit genutzt und habe mich umgeguckt und ich glaube ich hat es schon gesagt in einer der letzten folgen ich will da drüben wohnen nico kommst du mal gucken wenn ich dir auch zeigt hatte ich gehe bitte hinten an der ecke wenn du jetzt hier in die richtung wo ich guck gerade aus da wurde dann die erde und die steine dort siehst dort hinten an dem wasser möchte ich bauen da unten da wo es so war also sozusagen direkt wenn du unten dass das eine schaf sie ist direkt dahinter an dieser kleinen steinwand ja willst du da reinbauen oder wie nee an die wand hinein also sozusagen warte mal ja so wie unser altes haus weißt du das hier noch ab oder willst du die die restlichen haben ich habe mir vorgestellt das dach auch so ein bisschen dass es nicht so auffällt hast du mit treppen um dich geworfen kann das sein ich habe gerade eine treppe gefunden und ich weiß nicht wem die also mir gehört sie nicht so sehr schön ich habe gerade was entdeckt melonen melonen ja aber ich habe jetzt erst mal erstens wimmeln melonen gewachsen ich hoffe es hat auch gerade nicht gehört gerade zu den nachbarskind witz ne gemacht habt ihr was gehört weil wenn ihr es nicht ne gut dann habt ihr es auch nicht im video ach so hier ist es ja so ich habe wohl angst dass ich irgendwann runterfliege so ich habe dass man mich deswegen wo ich kein baum hoffen ich brauche kein baum weiß ich genau weiß ich bin zur bildung stoppt haben ja genau so bin ich ja auch ja gut so blöd bin ich nicht ich schon ich werde es in einer folge ich bin dumm und stehe dazu der ist von sport glaube ich war ich kann bloß ich bin hässlich und ich bin stolz das was war ja genau genau ich bin hässlich ich bin stolz ich bin hässlich und ich bin stolz das mit dem stolz ist mir neu so dann gehen wir noch ein bisschen ein glück habe ich hochgeguckt wenn ich nämlich noch ein baum weitergegangen wäre hätte ich ja euren baum gefällt soll ich die kleinen bäume hier ringsum auf der insel verschwinden oder wird sich die stehen lassen ich bin mir egal egal um ich weiß nicht wo du jetzt war schlafen ja ich gehe gerade ich habe in meinem Bett jetzt was ist denn das her habe ich gefunden in meinem haus hier ja ja hat mir die liebe gut geschenkt beide mit der hakt dann ist die behinderten feuer 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 steig 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 sicher dass du hier in der mitte nicht eine vierer seite nach oben machen willst nein ne ich lass das so ok oh ne mal gucken wie es mal melonskis geht das muss ich euch dann mal anhört mich mal dass ich euch nach der aufnahme was erzählen kann ich ja so nicht erzählen ok was hast du schon wieder angestellt ne 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 nicht nicht nichts was ich angestellt habe es ist nicht so jugendfrei dass man so erzählen kann aber du erlebst beim klamotten kaufen die sonderbarsten dinge ich habe richtig keinen bock drauf wie gesagt ich habe meiner schwester meiner mann das waren fünf stunden pure qual vor allen dingen die aussage war ja wir brauchen nichts da denke ich mir so ok dann geht das schnell im cna gewesen gleichwert oh guck mal hier ja ne ist es nicht so einfach nur in einem ortsansässigen kleidungslachen hat geguckt hier nach ich brauche halt so ein bisschen anzug und was für den abiball von meiner schwester und hat sich gerade angeboten das allererste was sie geguckt haben wir haben eineinhalb stunden gebraucht bis wir überhaupt in der harnabteilung war in diesem ersten stock beim erdgeschoss da haben wir einen sommerkleider weiß nicht also ich weiß ja was es heißt menschen zu quälen aber das war unmenschlich oh man ich weiß wieder was ich letzte folge gemacht habe ich wollte ja das feld machen ist also gebackt ich könnte nicht mal mit dem feld ansitzen ich habe gehackt auf dem feld und dann hat es einfach nicht abgeht also hat es einfach nicht flacher gemacht dass man da ja ich habe dein kleines feld vor und sowieso ein bisschen korrigiert weil du hast den weg so gebaut dass die das ist da eine kürbis einfach nicht wachsen also ich glaube das wäre ja die melone die hat in der wachsen die melonen seit wann geben truppenbäume äpfel lange ich habe ein holz woher hier gibt es auch eichenbäume zwischendrin also nico ich baue mal die ganzen kleinen bäume hier ab und die großen muss dann selber entscheiden ob sie ja dann um den baum behalten hat mir jemand stein ja ich habe elf stein wie viele brauchst du drei bin auf dem weg kotz hat mich angeguckt guck weg ich mag die insel hier ich auch die ist ja ganz toll hier ja hast du deine exe passt schon ah das ist jetzt eichenholz ne das brauche ich nicht ich will den truppenbäume hier hat jemand von euch da drüben an dem einen baum er daran gesetzt ich weiß ich nicht seit man wächst in erde an bäumen das hier oben hätte ich ich war eigentlich noch nie auf einem baum nico möchtest du vielleicht das was du hier als hauptst also jetzt gerade ja aus eichen aus diesen blättern machst möchtest du das nicht vielleicht lieber als ähm glas machen so dass du noch ein bisschen glas nach oben hast mal gucken oder möchtest du das was ich gerade abbaue ja das was du gerade aufbaust wo du jetzt halt die setzlinge die blätter von mir angemacht hast dort hätte ich halt irgendwie vielleicht irgendwo ein bisschen glas dran gemacht dass es heller wird kann ich ja zwischen einsetzen also zum beispiel ich bin schon wieder unten ich hab bloß einen vorschlag machen wollen komm sofort wieder hoch ok dort knallt oh ne dort knallt und immer schön offenes feuer machen hab ich vielleicht irgendwo ein feuerstein eisen hab ich ja ich bring dich um aus wut oh ich hab euer baum angezählt oh scheiße er brennt ich bring dich um was für ein projekt worden das wo ich mal versehentlich von irgendeinem das haus angefackelt habe nicht 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 ok was skateboard 2 ja warum hat man das haus angefackelt nein aber er sagt immer so witzig 2 nein nein ja ja au bin gestorben solange du nicht runterfällst und stirbst ist alles ok ja ich hoffe das passiert nicht ich möchte es auch hoffen oh sonst müssen wir leider gottes den admin gottes um um hilf bitten dass er einen spieler wiederbelebt in das cool hier ist alles vorhanden abgelehnt und wenn wir die opfergaben da bringen menschliche körperteile was kommt denn mit menschlichen körperteilen ist auch eine opfergabe ja wie früher haben sie nur menschen geopfert menschenziegen hat schon eine bewandtnis gehabt frag dich mal warum sie das gemacht haben ich meine wenn es nicht geregnet hat einen monaten haben sie gleich mal irgend so die opfer abgeschlachtet und gesagt oh 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 hier irgendwo ich stehe ja das hoffen also ich hoffe nicht ich mag bäume ich hab den als den habe ich hätte ich das wüsste ich wenn ich den weg gemacht habe seit ich war noch alles aufgenommen ja und vor allem so er hat von unten angefangen ja das darum geht es ja nicht kann er kann auch sein dass ob man hier angefangen hat und wollt ihr vielleicht ein eigenes ausbauen oder so ach ja ob es nicht dabei weil er mit seinem hundi zum das hundeschule das kann ich schon lange nicht mehr da gute besserung oder ob es ein geschieht meine spurtstag ist kaputt gegangen so schlimm wenn die grp anguckst immer gewinnt ihr diesen diese aussprache an das ist genauso wenn diese jungen sag mal typen und mädels hörst du guck mal so ein süßer kleiner franz und das ist ja alles klar ich gehe auch immer serien manuell weißt du zu serien manuellen ja also durchsuchen von anfang bis ende kann ich gar nicht ins mal wo ich das gemacht das war ich voll auf den ferien hatte ich vor drei oder vier jahren er stimmt nach 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 der lehre wo ich noch nichts hatte ja da was also was mache ich mir zu abends serien gucken ich bin ich da habe ich nauto und one piece auf die neuesten halb von einer woche immer auf den neuesten stand geguckt das war abortig wenn es dann noch ein überlegst das sind stunden um stunden um stunden die teil von uns eine folge wie geht da die minuten oder 20 minuten je nachdem ob da halt irgendwo geschnitten guckst mit werbung oder halt ohne werbung eigentlich wollte ich diese folge produktiv sein das geht aber gar nicht muss ich erst mal den baum von nico ein bisschen ansehnlicher machen so wissentlich schlaf ich glaube wie er ist schon wieder nacht ja moment geht denn das benten das sind noch nicht ganz noch jetzt jetzt ist der moment erst am aufgehen also jetzt können kann es nicht hinlegen das stimmt dass wir haben wir uns ja mal kein gemordet und so war das fällt mir ein es gibt einen so vor mann also macht die ptb ist nur das erste leute sitzen muss er schlafen er liegt ihr nein ich guck bloß weil jedes mal ich hoch gehe steht nico und guckt mich an so richtig creepy wie finde ich gut was ja gut ist es gott und die schönen fenster weiß ich soll ich jonen ist ja weiß ich bloß nicht ich bin da rechts abgerutscht du bist wahrscheinlich noch links abgerutscht gut gemacht da oben soll ich unter die plattform jetzt noch blätter hin machen kannst du aber ich würde nicht zu viele machen da würde ich dann lieber so ringsherum noch so ich meine nur so ein äußeren ring ja einmal ringsherum das probierst gar nicht du fällst runter wenn du das probierst du müsstest um die ecke springen und dass das würde mal meinen da wirst du dann lustigerweise ich guck dir zu wie du stirbst danke warte scheiße wir finden so ja ich weiß ich wollte gerade einmal hat noch jemanden eisen nico warte ich gehe holen was macht mich wein auf dem baum gewährlich keine ahnung hast du was du auf der letzten karte nicht geguckt das sind so viele schweine gewiss die irgendwo auf dem berg um gestanden haben oder auf die bäume halt gut wir haben wir noch in entfernten baum gehängt da war es leider schon vorbei typische gefahr habe ich du hast kein eisen mehr oder nein mein eisen meine richtung reingesteckt was schon eine rüstung ich habe brustpanzer und schuhe das ist schön man schon mal einen um den wir uns nicht mehr so viele sorgen machen müssen doch 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 ok ganz dünne seiste kollegen ok ok warum muss rein groß boah ich lieber warum riesig erde das noch mal was bist du kurz im nico hoch nein doch hat ein ab und nikos bank hat ab ja warte 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 wo bist du gerade welchen baum baust du kräftest du gerade ab hause in der nähe auto auto brumm brumm direkt daneben ich bin oben auf einem baum auf gerade so blätter ich werde heute mal dass du nicht kreppierst ich war die ich mag mir weniger sorgen fertig ich glaube wir müssen aber die treppe zurück okay er ist schon wieder fast gestorben oder sieht gut aus nico nico da bin ich also ich glaube nico sieht mich aber ich habe geguckt es sieht gut aus sieht nicht so ultra unnatürlich aus weil es so richtig unnatürliche form also so richtig natürliche form einfach so richtig unsymmetrisch genommen ist gut geworden wenn die zwischendurch äste bist du denn wenn du zwischendrin ist daran machst so wie sie schon der seite dann kannst du ja wie eine kleine plattform auf die erste setze vielleicht ein kleines kisten logo oder sowas an machen ja und na gut dann müsstest du wieder leitern haben dass du da drauf kannst mit dem aber es war immer einfach mit den zwei will ich noch verbinden den zwei hat gesehen weil ich mein ne ok also er hat doch so ein kisten lager ja gut da würde ich auch sagen haben wir diese folge mal hinter uns gebracht und ja wenn sich ein fall hat lassen bevor sie ladung da und ansonsten sehen wir uns dann übermorgen in der nächsten folge wieder ist dann leute tschüss 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 sagt er auch tschüss ich hab tschüss gesagt ich hab tschüss gesagt Ja, hab ich.